So, mit herzlich willkommen bei Treadnought, yeeeey! Ich bin's Matze und ja... Ich bin's Matze und ja... Wie gesagt, wir machen mit einer Runde Treadnought. Und ja, es ist immer uns love, das heißt wieder 3500 Punkte machen. Und mit in der Party mit dabei ist natürlich wieder der gute alte The Deadly Sin. Ayo! Hat angedauert. Ah ja, ich hab ganz vergessen, dass Bayern gegen Dortmund heute spielt. Echt? Spielen die? Ja, heute. Mal vergessen. Haha. Dann kann ich wieder meinem Service unter den Namen... Ehehe, was? Dann kann ich's wieder meinem Cousin unter die Nase reiben, dass Bayern gewonnen hat. Schreibe ich grad mit so... Schreibe ich grad mit Peter. Nö. Und... Und... Er schreibt mir einfach, weil ich ihn gefragt hab, welches Spiel... Schreibt er, äh... Dortmund-Bayern. Und... Er schaut sich das Spiel jetzt an, aber schreibt er mag beide nicht. Was? Hallo? 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 Achso, was geht erst los? Aha. Irgendwa... Hallo? Hast du wohl jemand aufgeregt? Hallo? Heldenbindel? Also ich muss sagen, das ist voll egal wie krass. Jaaaa! Juhu! Girolimo! Ohhhh... Neh, Gott, ich schiesse in die Schulter weg... Ohhhh... Prozent neben die Mission wieder auf ich bin da schon unterwegs war derzeit einmal ich habe mich auf das nächste Schiff dann musst du nicht mehr aufliegen mein Junge die Woche leuchtere Panzerung damit es funktionieren dann liegt die bessere zu ich glaube jetzt kann die Einladung das heißt ich muss kurz weg okay erklär noch kurz bevor du gehst warum du weg gehen musst ach so ich trete wahrscheinlich jetzt so einen eSportverein zu Battlefield 1 und dann muss ich gucken also ich habe eine Freundschaft zur Frage von denen bekommen und mal schauen ob ich jetzt noch eine Einladung bekommen weiß ich nicht ob ich ein Spiel starten soll oder nicht ich weiß nicht weißt du sagen wir sie spielen ohne Auto Aim ich weiß gar nicht wo man das einstellen kann und dann stellst du dir vor dass du noch nie gespielt hast mit Aim ich habe voll die Aim Alter du weißt was ich meine ich habe voll die Aim Junge welche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst Schiff ist beschädigt Captain Aktivieren Primärwaffen Captain Hi, das müssen wir Hi Captain wird aktiviert System aktiviert Schiff ist momentan Stattdodadadadadadadadadadada Stattdodadadadadadada Stattdodada Stattdod DD 금 Jeśli hempen Stattdodadadada Robert μα Marsch Chair Rhma größer decía Achso, ich bin auf Offline gestellt, da war ja was, ich sollte mich vielleicht online stellen. Ja, ich wollte letztens meine Ruhe haben. Ich sah ihn kaputt. Jetzt kommt jetzt erstmal alles fame-säuberlich in den Ding rein, oder? Ja, klar. Ich habe keine Ausnahme. Nein, nein. Das wird irgendwie nichts mit deiner Chaos-Runde, merkst du das? Ja. Es ist ja eben keine Chaos-Runde. Irgendwie ist... Das ist ja schon lustig. Da ist Chaos-Runde, ja klar doch. Mio. Volle Energie auf die Manöver düsen. Suck it! Da schreibe ich dem Kollegen nach. Ja, oh mein Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin so aufgeregt. Viel Spaß! Ja, ich habe die Einladung noch nicht. Von dem her. Achso. Das Abwehrsystem muss noch nachgeladen werden. Denk zur Hülle offline. Schilde aktiviert. Weitere Aketen werden abgefeuert. Ich schieße voll daneben. So ein Dreck. Mach das Auto eben an. Ja, ich habe keine Ahnung, woher wir das ausstellen. Wir haben ihn, Captain. Threadnought eliminiert. Ja, ich habe... Halb bis li... Nein, ich sag mal. Volle Energie auf die Manöver düsen. Zeitliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Schilde aktiviert. Schützen wir den Rumpf. Hex-Hülle in Betrieb. Aha. Allerdings im Moment waren wir alle trocken. Ich weiß, Einladung warte. Aufgeschaltet. Hex-Hülle wird deaktiviert. Flieg, 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 flieg! Nein! Bist du Toad? Ja, leider. Alter. Einmal sind sie alle online. Hehehe. Feindliche Racken im Anflug, Captain. Besitzen Abwehrsystem ein. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Also ich uploode jetzt immer am Wochenende, weil unter der Woche habe ich keinen Bock und keine Zeit, da will ich ganz normal zocken. Eh. Du machst das heute nur, weil du Zeit hast, gell? Ja, und ob ich Lust hab. Nein, Spaß. Je nachdem, wie ich Zeit dazu hab. Das ist halt am Wochenende. Ja. Oder ist dann noch Weihnachten heute wieder? Weihnachten! Das ist Weihnachten-Rückladen, man. Die Einladung ist da, mein Junge, ich muss weg. Ok. Es tut mir leid. Bis später. Bis später, servus. Tschüssi. Da ist er gegangen. Das war's dann wieder. Schade. Schade. Oh ja. Oh ja. Wir haben das Ziel erfasst. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Waldscherf aufgerichtet und feuerbereit. Munition wird aufgestockt. Waldscherf sind unterwegs. Sein Sieg auf ganzer Linie. Ja. Juhu. Sieg. Das ist S. Das ist S. Sieg im Veteranenmodus. Glaube ich. War's. Ja. Ja. Das wurde doch immerhin. Andi. Ja. Das ist der einzige Elite. Hehehe. Ja. 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 Dann würde ich sagen. Das war's dann wieder für diese Runde. Wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ja. Och. Ja. Lasst es uns einfach wieder Spaß haben. Wenn das Video noch vor Weihnachten hochkommt. Schönes Fest euch allen. Und. Ja. Auf jeden Fall. Schöne Weihnachten. Guten Rutsch. Und. Ja. Bis demnächst. Bye bye.